Matt Damon steht diesmal als Start bei Minecraft und damit herzlich willkommen zu Minecraft 1.20.1. Wir spielen heute in der kreativen Welt tatsächlich weiter und wollen da den Bau des Gebäudes fortsetzen. Wir haben da ja noch ein bisschen was einzurichten, sag ich jetzt mal und gucken halt jetzt in diesen 50 Minuten, die ich jetzt hier geplant habe, sprich 5 Videos. Gucken wir einfach mal, was wir noch machen können. Sonst würde ich einfach sagen, ist das erste große gemacht. Ich hatte ja mir so überlegt, auch unten so am Eingang, beziehungsweise so mitten in der Halle, eigentlich auch so ein Riesenauto zu bauen. Da muss ich jetzt einmal links gucken, wie das jetzt so ist, dass ich mir dann da irgendwann Gedanken mache und es dann auch irgendwann vorstellen werde. Aber auf alle Fälle sind wir jetzt hier erstmal in der oberen Etage gekommen und wir waren zuletzt dran mit dem Teppich verlegen, also Teppichboden hier verlegen und machen jetzt mal hier ein bisschen weiter. Und zwar umranden wir das jetzt hier zum Start. Hier diesen Ups, ich wollte jetzt keine Teppich, äh Treppich, Teppichtreppe machen. So, machen wir so, dann ist es passend. So, dann gucken wir mal, was wir hier unten haben. Was wir hier auch schon mal hier, hier auch schon mal umranden könnten. So, jetzt reichen. Oh, ich mach mal die Musik ein bisschen. Mir fällt jetzt hauptsächlich nur ein, dass wir hier Teppichboden machen können, aber gucken wir mal. Also, ich hab's mir so überlegt, nicht wundern, ich bin immer noch erkältet. Hier kommt man so rein und da vorne wird dann halt ein großes Auto irgendwann mal stehen. Modell, so hab ich mir das vorgestellt. Wär doch vielleicht mal was, oder? Dann haben wir hier was anzusehen. So. Ich kann ja über die Lampen gehen. Deswegen mach ich das jetzt einfach so ein, äh so weiter. Äh, jetzt hängt. Äh, nicht hängen. Brauchen wir nicht. Oder was ich mir auch überlegt hab. Anstatt hier draußen so im Aquarium zu schwimmen, könnte man auch hier einen Swingham Pool machen vielleicht. Das wär doch vielleicht auch mal ne geile Idee. Auf jeden Fall nicht oben. Sondern hier unten, das ist irgendwie, das ist hier unten ist irgendwie der Partybereich, wenn man es so nennen müsste. Und oben ist halt der Chillbereich. So kann ich das nennen. Ja, sieht ein bisschen komisch aus hier so. Aber wenn ich da unten jetzt auch Teppichboden machen würde, dann würde es in die Luft schweben. Und das will ich nicht. Oh, warum fliegt mir immer ständig eine dumme Fledermaus vorm Gesicht? Überall sind diese Viecher. So, jetzt hab ich auch noch einen Stein abgeholt. Das wollte ich natürlich nicht erreichen. Ähm. Oh, Perla. Warte. Sorry, Leute. Anfangs hatten wir hier in dieser Welt noch stehen, hier ein mögliches Bauwerk, hier ein großes Aquarium. Das haben wir jetzt mittlerweile geschafft. Das ist nicht mehr ein mögliches Bauwerk, das ist ein festes Bauwerk gewesen jetzt. Ich musste gerade auf die Maus hauen, weil die nicht wieder mal streiken wollten. Ich muss gerade auf die Maus hauen, weil ich nicht mehr so. Ich muss gerade auf die Maus hauen, weil ich nicht mehr so. So. Jetzt muss ich kurz was gucken. Bis hier ungefähr geht die Treppe. Das heißt, hier ist quasi die ganze Umrandung der Treppe. Ja doch, passt, 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 so, passt, so, super. Machen wir jetzt mal einen anderen Teppichboden. Ich freue mich immer noch drauf, die Häuser hier zu bauen, Leute, ihr glaubt es mir gar nicht. Spitzer Tropfstein, was ist das denn? Kann das auch als Tiko hier sein? Alter, ist das hier. Ui, das ist richtig. Oha. Oha. Hab ich auch noch nie gesehen. Alter, ist das cool. Spitzer Tropfstein, haben wir jetzt auch damit kennengelernt. Erstärkter Tiefen, Schiefer. Ob das sein soll, keine Ahnung. Gold durchgezogener Schwarzstein. Was ist das denn? Boah. Alter hört sich das gut an. Der Sound ist sensationell gut. Schaut euch mal an, was das hier alles gibt. Seetangblock. Schauen wir uns auch mal kurz an. Maha. Ah, kannste aufbauen. Sehr gut. Kann man auch daraus ein Haus machen. Wirr. Netzl. Kamerzin. Netzl. Krismorin. Den kennen wir ja. Moosblock. Moos. Teppich. Moos Teppich. Kann man für den Fußballplatz tatsächlich benutzen, fällt mir gerade mal so ein. Das ist cool. Also wenn wir draußen einen Fußballplatz bauen, dann können wir hier diesen Moos Teppich für Kunstrasen benutzen. Das wäre doch mal was. Das werde ich auch noch hier auf jeden Fall bauen. Und dann schauen wir hier, was wir hier haben. Rohgoldblock haben wir schon mal verwendet in dem Video. Leuchtstein. Leuchtet der auch wirklich? Der leuchtet tatsächlich. Alter. Ist das schön. Leuchtstein. Was haben wir noch? Pilzlicht. Neta. Warzen. Block. Wirr. Warzen. Block. Wirr. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Ok, jetzt kann ich runterfahren. Daraus kann man auch ein Haus bauen. Tropfsteinblock. Basalt. Schwarzstein. Glatter Basalt. Und noch viele weitere Erze hier. Alter ist das Würststiel. Alter Junge. Also die tausend Häuser und so. Die bunten. Die werde ich definitiv irgendwann noch in nächster Zeit bauen. Die sind in der ersten Zeit bis zum Beispiel. Okay. Was.